so meine herde es beginnt sehr stark zu regnen wir müssen uns in sicherheit bringen folgt mir so 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 hier sind wir vor dem regengeschäft jetzt hey hat jemand meinen Fohlen gesehen nein Brownie es ist einfach weg hm vielleicht ist es uns nicht hinterher gekommen keine Ahnung vielleicht waren wir zu schnell jemand kann ja mit dir suchen gehen ok ja wer kommt mit ich helfe dir super oh nein ich mache mir so große Sorgen hoffentlich finden wir Brownie ich habe so Angst um sie das kann ich mir vorstellen wäre mein Fohlen verschwunden würde ich mir auch riesige Sorgen machen hoffentlich finden wir sie bald der Regen wird immer schlimmer Hilfe 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 hast du das gehört ja es kam von da vorne Hilfe 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 Brownie da bist du ja ich stecke hier unten fest bitte helft mir warte warte ich versuche dich hier rauszuziehen ja wir schaffen es gleich oh 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 Mist juhu geschafft oh danke danke mir ist so kalt ja komm schnell wir gehen zurück wir haben einen Platz gefunden wo kein Regen hinkommt und so warteten die Pferde bis der Regen vorbei war und konnten dann schließlich wieder aus ihrem Versteck kommen dann